Liebe Gäste, liebe Familie und Freunde, liebes Brautpaar, Zunächst möchte ich Sie alle hier zur standesamtlichen Trauung von Johanna und David auf dem Hohen Dasberg in unserer Vierburgenstadt sehr herzlich begrüßen. Und heute möchten wir mit Ihnen, liebes Brautpaar, einen Augenblick feiern, der die ganze Ewigkeit gedauert. Ja, und ab heute wollen wir alle in wenigen Augenblicken diese gemeinsame Reise der beiden als Ehepaar fortsetzen. Bis an Ihr Lebensende gemeinsam durch Ihr Leben gehen. Aus diesem Grund sind wir alle heute hier versammelt, um Sie mit dem sprichwörtlichen ganz großen Bahnhof zu vermählen. Die Liebe zwischen Ihnen sorgte am Anfang Ihrer Beziehung sicherlich auch für das berühmte Krippeln im Bauch. Sie schenkte Ihnen sicherlich ein Gefühl der Geborenheit und sie entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer Empfindung tiefer Zusammengehörigkeit. Ihre Liebe ist für Sie etwas Besonderes, sie ist für Sie eine starke Verbindung. Die Liebe gibt Ihnen die Gewissheit, immer füreinander Dank zu sein. Wer sich liebt, ist bereit, in allen Phasen des Lebens zueinander zu halten, sowie Freude und Leid miteinander zu teilen, so wie Sie das bisher schon zusammen gemeistert haben. Die Liebe ist für Sie eine starke Verbindung. Vorstehen, wie du dir stolzst, es mich macht, nachher zu meiner Frau zu kommen. Ich werde mein Bestes, geht um ein guter E-Mann zu sein und dich auf Ihres Abenteils zu begleiten, dass du irgendeinem Vorsitz. Ich habe dir entgegen unserer Abmachung noch ein kleines Geschenk für uns noch ein Zeit besorgt. Sieh es bitte als letzten verzweifelten Beschlechungsversuch, damit du überhaupt und auch pünktlich Ausrufezeichen zu trauen kannst. Ich kann es kaum erwarten, dich gleich im Teil auf den Zugang zu sehen und freue mich auf alles, was auch im Zugang mag. Ich liebe dich da. Mein Liebster, fast ihr E-Mann. In wenigen Stunden geben wir uns das Jahr ab. Unfassbar. Wer hätte das vor viereinhalb Jahren gedacht? Jetzt war es bestimmt nicht. Ich war mir in meinem Leben noch nie so sicher, das Richtige zu tun. Ich habe keine Zweifel, keine Angst, sondern ich freue mich so sehr auf jeden einzelnen Tag mit dir. Du bist mein ganzes Glück, mein durchtrainierter Fels in der Wandlung, mein Lieblingsmensch, namens Papa und der allerschönste Mann in der Welt. Ich liebe dich. Modern World's Can't Stay. Deine Dove. David Schmidt, ich frage Sie, ist es Ihr freier und eigener Entschluss, mit der neben Ihnen stehenden Johanna Witt die Ehe einzugehen? So antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Johanna Witt, ich frage auch Sie, ist es Ihr freier und eigener Entschluss, mit dem neben Ihnen stehenden David Schmidt die Ehe einzugehen? So antworten Sie bitte ebenfalls mit Ja. Ja. Nachdem Sie nun beide meine Frage mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Sie nunmehr Graf Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Sie dürfen Ihre Frau, Sie Ihren Mann küsse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.